Die königliche Kapelle im Schloss von Versailles erstrahlt in neuem Glanz. Nach vielen Jahren der Restaurierung dürfen wieder Besucher kommen. Die Kapelle steht für die höchste französische Handwerkskunst im 18. Jahrhundert. König Ludwig XIV. leitete den Bau persönlich. Das 46 Meter lange Schiff der Kapelle trägt wieder ihr goldenes Dach, an dem umfangreiche Restaurierungsarbeiten durchgeführt wurden. Auf dem Dach wurden rund 300.000 Blätter Blattgold verarbeitet und auch die Fensterrahmen wurden ebenfalls mit Blattgold renoviert. Insgesamt sind es rund 400.000 bis 450.000 Blätter. Ende des 18. Jahrhunderts war die ursprüngliche Vergoldung verschwunden und heute sehen wir wieder das, was Ludwig XIV. damals sah, sein goldenes Dach. Es herrscht Erleichterung in Versailles. Während die Handwerker ihre Arbeiten beenden. Denn die fanden nach dem Brand, der 2019 während der Restaurierung von Notre-Dame ausbrach, unter strengsten Vorsichtsmaßnahmen statt. Wir brauchen Besucher, die zurückkommen. Wir brauchen sie, damit dieses Erbe entdeckt wird. Ja, es ist ein Klischee, aber Versailles ist einzigartig. Also, wir warten auf unsere Besucher und selbstverständlich werden alle Coronavirus-Maßnahmen respektiert. Ab Mitte Mai sollen sich die Tore von Versailles wieder öffnen, wenn in Frankreich die Beschränkungen für kulturelle Einrichtungen gelockert werden sollen. Mit der Nähezie Untertitelung des ZDF, 2020